Jo Leute, was geht ab? Heute bin ich mit einem Adventskalender hier, mit dem Harry Potter Adventskalender, wie ihr seht. Und das erste Türchen, das ist das hier. Und dort hatten wir Harry Potter drin. Harry Potter hat hier so ein Haar drauf auf dem Pullover. Hinten ist er noch mit kleinen Sternen bedruckt. Wartet schnell. Ich versuche es scharf zu stellen, was nicht funktioniert. Geht nicht. Ja, dann hat er einfach noch einen Wechselkopf. Das ist der hier. Kann ich das scharf stellen wenigstens? Ja. Und den Kopf hier. Und ja, wir sehen uns am zweiten.